moin moin liebe leutchen darf nicht mal wieder mit dazwischen den livestreams und der nordfrieserischen marsch vielen lieben dank erst mal gleich zum anfang fürs einschalten gut dann werden wir mal hier weitermachen und zwar werden wir heute noch ein bisschen kalken müssen halten und stroh sammeln das sind erstmal die ersten auf rennen in der hütte alka dran ja liebe leute ich hoffe es geht euch zu weit zu gut ane so für morgen gerade gefrühstückt diese hasen stuhlen die gästen die wir mitbekommen haben und geht's los hier frisch auf dem feld eine runde kalken auch hier liegt das gras und ich sagen zum einsammeln und dann nächstes feld vorbereiten das braucht hier auf jeden fall erstmal kalt kalk fliegt ja nicht ganz so weit wie der dünger mal gucken ob dazu ausreicht und warum jetzt hier besser wegpunkt dann einmal vor hier machen wir eine 10 draus und los erst ok oh haut fast hin ok dann mal los willkommen in ihrem case so wir müssen Stroh sammeln dann zwei feldern glaube ich muss Stroh einsammeln Gucken wir das empfinden. Ob der Ton schon mehr so leise ist hier. Eine Fahrzeuge, kann das sein? Eine Fahrzeuge, kann das sein. Wollen wir hier rüber. Ja, das hauen wir dann gleich in die Fahrzeuge. Die Tiere rein, ne, frisch. Frisch mit Stroh. Und da haben wir den ersten voll. Ich gehe erstmal hier rüber bei den Schweinen. Oh. Oh, kommt da gerade der Kalker vorbeigefahren hier. Oh. Oh. Hm. Okay. Dann machen wir schnell nochmal den Umhänger an. Machen den nochmal gerne nochmal voll. Cool. So. Ab zum ersten Kuhstall. Oh, stopp. Mal aus damit. Ei, 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 ei. Gibt den ganzen Hänger weg? Der ganze Hänger ging hier rauf. Bis jetzt. Lassen wir gleich nochmal reinfahren. Was ist denn ein Ding? Das Wasser eingesammelt? Hinten. Ist hier hinten? Willkommen. Okay. Gut. Dann geht es weiter. Wächst Unkraut schon durch. Liegt schon fast eine Woche. Ja, eine halbe Woche liegt es. Wollen wir mal nicht ganz übertreiben, ne? Halbe Woche liegt das Stroh jetzt hier drauf und Unkraut kommt schon durch. Ist ja auch ein Ding. Danke. So, muss man eigentlich gleich hier wieder voll haben. Ja. Machen wir nächstes Mal von hier aus rein. Und raus. Oh. Hilfe hat Arbeit beendet. Der Kalker ist fertig. Der Kalker ist fertig. Noch ein Anhänger. Noch ein Anhänger leer. Ei, 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 ei. Sieht ja so aus, als ob die wackel Strom mehr drinne hatten. Wo es schon zwei volle Anhänger nach in Ägypten gibt. Interessant. Ja, und so langsam wird es auch draußen Sommer, ne? Liebe Leutchen. Zumindest bei uns. Wie ich die Luft aufhämmen, ganz anders. Das machen wir uns nochmal zurück. Wir müssen die eine Reihe hier mitnehmen. Geht dann her nicht auf mit dem Anja. Aber wie gesagt, uns riecht es schon ganz doll auf, wenn man nach Sommer in der Luft her... Zwar regnet es im Augenblick, wo ich gerade heraufnehme, draußen, aber trotzdem. Sehr interessante Luft. Ich bin gespannt, wie man jetzt da noch reingeht. Und da ist noch übrig bleibt von dem Anhänger. Von dem Anhänger. Stopp. Hä? Okay. Gar kein Zeichen mehr da. Passt mich mehr noch was. Oh. Auf einmal voll. Okay. Na gut. Wir haben aber noch einen Stall, ne? Das dürfte ihn auch noch leer sein. Jo. Oh. Oh. Oi, oi, oi. Wo haben wir denn damit? Vorne. Vorne, wo haben wir denn damit? Und los. 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 los. Und 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 los los. und los. und los. noch mal ein bisschen was zusammen fast ein dreiviertel hänge noch mal zusammengekriegt so wieder die rahmen schauen wir uns haben wir geschafft krümeln haben gefehlt die ressemble im silo gegen fast das ganze feld auf schon wieder für die beiden stelle und befüllen und dann dreifel anhänger übergeblieben plus die schweine so gucken wir schnell mal zum ach die sind auch fertig hier war ja noch der kartoffel brote angange die sind auch durch ok kümmere ich mich gleich drum wo haben wir denn unseren kalker der ist wer nicht gut dann fahren wir den noch nach hause beladen den genau und den eimer voll speicherleck so dann müssen wir hier rum nochmal rum labber auf mal unser kalker rausholen zack tollen amazon feuer haben wir hier der ist echt so liebe leute aber ich glaube zum gruppern kommen wir ja wieso nicht mehr das ding war zum anfang hat es uns gut geholfen gut über die rune geholfen wo wir noch kein geld hatten wo wir noch aufträge machen konnten von der zeit her die zeit ist uns aber nicht mehr gegönnt da kommen wir nicht mehr klar mit der zeit und deswegen werden wir vielleicht das ding jetzt verkaufen dass er dir weg ist so garage also den verkaufen wir jetzt weg ist er brauchen wir nicht mehr haben wir noch mal platz für ein anhänger vielleicht immer noch demnächst noch wieder mit unterschieden können aber noch platz für die eine zweite see maschine genau das wäre auch noch gut hier dazu noch eine zweite see maschine so so den traktor noch mal sauber machen sauber hinter stellen aus ja haben wir dann auch schon wieder jo leute ich werde mal sagen die zeit ist schon wieder um jo zeit ist um wir zwischen den live streams ich bedanke mich fürs einschalten ich mache das andere feld jetzt noch offline fertig mit dem stroh absammeln jo dann haut rein bis bald zum nächsten mal tschüss bis bald 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 bis bald